Willkommen zum Splatfest Mayo gegen Ketchup von Splatoon 2. Hey, alles spritzig bei euch? Hier ist Tentacool, frisch mitten vom Inkopolisplatz. Was ist besser, Mayo oder Ketchup? Trefft eure Wahl am Splatfest Wahlstand. Das hier sind die Arenen für das Splatfest. Die Moräentürme? Nachts haben die Moräentürme etwas total magisches an sich, finde ich. Magisch wäre es zu gewinnen, statt ein Parkhaus anzustarren. Heilboothafen? Aber ich liebe das tiefe Wummern der Maschinen hier, besonders nachts. Jedes Mal dasselbe bei dieser Arena. Krieg dich mal wieder ein, Marina. Für dieses Splatfest haben wir eine besondere Arena vorbereitet. Die Wandelzone. Das ist so cool, diese Map. Du hast bei der Arena geholfen? Wie cool, Marina. Für dieses Splatfest haben wir eine besondere Arena vorbereitet. Und denkt daran, ihr seid cool, wir sind Tentacool. Ich habe schon ein bisschen Splatfest gespielt. Ich bin Super Mario-Fan auf 48. Ups. Ähm, ich habe gestern Abend zusammen mit Lari und meiner Cousine nur so ein bisschen gespielt, ohne Aufnahme. Aber das soll uns nicht davon abhalten, weiterzumachen. Wir gehen jetzt nämlich direkt mal ins Splatfest-Match. Also gestern Abend war es noch so, dass wir eigentlich mehr Mario-Fans waren. Diesmal ist es wohl eher so, dass die Ketchup-Fans definitiv in der Überzahl sind. Nicht cool. Ich spiele jetzt hier gerade zum zweiten Mal mit der N-Zap. Was ebenfalls ziemlich cool ist, ist, dass die Farben sich jetzt auch angepasst haben. Also, dass wir jetzt wirklich eigenständige Farben haben für das Splatfest. Ich spiele hier gerade mit den Joy-Cons. Das ist mega ungewohnt, weil mein Pro-Controller gerade leer ist. Oh Gott, was ist das? Wer kann denn so spielen? Oh mein Gott, was ist das? Naja. Eben ein etwas größeres Handicap noch mit dazu. Das gleicht mir schon irgendwie wieder aus. Ein paar Kills machen können wir schon. Da oben ist ein Gegner. Mit einem Schwapper. Mit einem Helden-Schwapper. Ah, die N-Zap hat keine Insta-Bomb. Das ist blöd. Ich wechsle gleich auch wieder auf den normalen Kleckster, würde ich sagen. Ich wollte jetzt da gerade mal ein bisschen Individualität mit reinbringen. Oh, mich hat die N-Zap interessiert. Wow, von der Seite. Hm, nicht gut. Der kämpft da. Oh, jetzt kommt die Maschine hier lang. Das ist auch blöd. Wir haben noch keinen Gegner bis jetzt gesehen. Irgendwie komisch. Wow. Kurz mal ausweichen. Alter, wie viele kommen denn noch? Wo ist denn der Gegner? Der Gegner hängt eher auf den Türmen rum. Aber mit den Haftbomben kann ich nichts killen. Und wenn, dann wäre es nur Glück. Jawoll. Guck mal, da ist der erste Kill. Wow, Calligraph. Irgendwo. Kill ihn. Das waren schon drei Hits. Oh, verdammt. Wie gemein. Oh, das war voll fies. Aber ich habe auch die Rüstung gehabt, die hätte ich zünden müssen. Verdammt. Das war mein Fehler irgendwo. Kurz mal das wieder ausgleichen. Die N-Zap ist für das Splatfest nicht die beste Waffe, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Oh, jetzt kommen sie aber. Gib ihm. Das gibt es doch gar nicht. Da, okay, er ist tot. Da ist der Shoppertyp. Und den werde ich doch nicht kriegen. Der kommt jetzt wahrscheinlich hier rum. Ja. Zumindest wollte er da rum. Verdammt. Wir werden echt zurückgedrängt gerade. Hier ist ja alles rot. Ich wage mich einfach mal da rein zu gehen. Oh, Curlingbomben, Curlingbomben, Curlingbomben. Verdammt. Oh, das ist so fies. Gibt es doch gar nicht. Oh, okay, die Runde werden wir wohl verlieren, ne? Wobei es noch sogar sehr klappt. Komisch. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen. Haftbomben beträgt wieder. Weiß färben. Calligraph, Calligraph, Calligraph. Oh, das war schlecht von mir. Bisschen zurück. Hm. Ich weiß nicht. Spawntrappen. Sehr gut. Calligraph-Typ. Okay, Calligraph-Typ down. Alle sind tot. Wir haben einen Full-Team-Kill. Wir haben Zeit. Jetzt können wir jetzt zurückschlagen. Ja, Mann. Ich gehe jetzt mal nicht zu sehr rein. Ich halte mich lieber hier. Okay, komm. Bist du was? Rein. Egal. Scheißegal. Einfach rein. Bombe. Jawohl. Und sogar noch einen Kill geholt. Nice. Okay, das Ende der Runde war sehr gut. Ja. Oh, wie cool. Wir haben das tatsächlich noch gerissen. Nice. So muss das aussehen. Okay, ich würde sagen, ich wechsle jetzt trotzdem die Waffe. Weil meine Kill-Leistung war echt nicht gerade die beste. Geht besser. Aber wir sind jetzt erstmal glorreicher Mayo-Fan. Und Stufe 13 bin ich mittlerweile. Gut, ich würde sagen, ich wechsle kurz auf den Kleckser. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. Boah, es ist so cool, endlich wieder Folgen aufzunehmen, ne? Ich war ja vor kurzem erst noch im Urlaub. Ich war gestern bin ich zurück nach Hause gekommen vom Aufnahmetag her. Und ich kann endlich wieder Sachen produzieren, ey. Der Urlaub war zwar schön, aber es hat mir echt gefehlt, Folgen zu produzieren. Und zu schneiden und so weiter und so fort. Das ist mittlerweile einfach so... Es ist zwar eigentlich nur ein Hobby, aber es ist schon echt cool. Also, für mich ist es irgendwie auch mehr wie ein Hobby. Was heißt mehr wie ein Hobby? Es ist und bleibt ein Hobby vom Sinn her, aber... Für mich ist es irgendwie so... Es ist so schwer zu beschreiben. Es ist auf jeden Fall echt, echt cool. Und ich mach's echt, echt gerne, will ich damit sagen. Jedenfalls... Habe ich jetzt gestern Abend noch eine Folge live des Strange geschnitten. Ja, hab ich auch schon hochgeladen. Und jetzt eben noch das Splatfest. Ich hab ja gesagt, dass wir mit Splatoon Daily gehen. Das funktioniert so weit noch gar nicht so krass. Also, aktuell bin ich so ein bisschen mehr im Stress. Ich muss doch ein bisschen mehr produzieren, damit das klappt. Aber in näherer Zeit müssen wir doch bei allen zwei Tagen bleiben, glaube ich. Auch zum Splatfest wird, glaube ich, nur ein Part kommen. Boah, ich bin ziemlich runtergedamaged, aber wobei... Nein, gar nicht so sehr. Den kriegen wir... Jawohl. Da geht gerade einer hoch. Das wollen wir mal gerade ausreden. Wo ist denn er? Ah, er ist down. Okay. Ich bin da nicht vorbeigeschwommen. Hups. Aber irgendwann werden wir mit Splatoon schon Daily gehen können. Ich brauch halt einfach nur noch ein paar mehr Folgen und ein bisschen mehr Zeit. Aber das geht schon irgendwann. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Da kam gerade einer. Aber mein Aim ist nicht gut. Instabombe. Ah, nicht geklappt. Oh Gott. Lass sie kommen, lass sie kommen. Okay, sie sind runtergegangen. Glaube ich. Zumindest wäre das das Sinnigste, was sie hätten machen sollen. Der wäre da... Ist ja gerade da hochgegangen. Komplett. Oh, das wäre nicht gut. Nein, ist ja nicht alles gut. Okay. Bis jetzt würde ich sagen, sind wir auch wieder gut am Führen. Komm schon. Er auch noch. Okay, sehr gut. Du bist der Nächste. Drei Leute gekillt. Full Team Kill. Sehr gut. Jetzt können wir wieder ein bisschen aufholen. Wobei müssen wir eigentlich gar nicht. Ich will gar nicht so viel. Hier der Bereich reicht ja schon. Gut, hier unten kann man auf jeden Fall noch rumfärben. Jetzt geht es mittlerweile auch mit den Joy-Cons. Muss ich ein bisschen einfitten? Ne, 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 ne. Wo ist denn der? Das war nicht so schlau von mir, aber hat der noch gepasst. Der Gegner da oben macht mir noch gerade so ein bisschen Sorge. Er ist down. Okay, perfekt. Sehr gut. So muss das laufen. Das gewinnen wir, denke ich mal auch. Was sind denn die Kriegen bei uns jetzt alle gekillt? Aber ich denke nicht, dass das passiert. Wir sind schon echt gut dabei. Eins. Zwei. Oh, wir sind gestorben, verdammt. Passt schon. Alles gut. Ja, das haben wir auf jeden Fall gewonnen. Oh, guck mal, einer ist sogar ein bisschen ganz nach oben gekommen. Sehr gut. Es läuft perfekt. Es läuft perfekt. Und meine Leistung war diesmal auch wirklich besser. Guck mal, wie meine Leistung war. Zwölf Kills. Das ist gut. Das lässt sich doch auf jeden Fall sehen. Gut, ich würde sagen, eine Runde geht auf jeden Fall noch. Dafür auch, dass es nur eine Folge von Splatfest geben wird. Ich muss hier nachher noch ein bisschen Singleplayer aufnehmen. Den wollen wir auch irgendwann nochmal fertig kriegen. Mir hat durch die eine Urlaubswoche ja jetzt auch ein bisschen Zeit gefehlt, um Sachen aufzunehmen. Deswegen habe ich jetzt noch kaum noch Sachen in Reserve. Und ich glaube, ich habe noch, wie gewohnt, Zelda-Folgen ohne Ende. Ich habe noch Life is Strange bis Ende Episode 2. Boah, das Finale ist super. Ich will nichts. Ich spoiler hier gar nichts. Aber das Finale von Episode 2, oh. Alter, ich war fertig danach. Aber mehr sage ich dazu nicht. Weil die Splatfest-Folge vor dem Finale kommt, voraussichtlich. Daher, ich halte meinen Mund. Aber ihr könnt gespannt sein. Episode 3 von Life is Strange nehme ich eventuell heute Nacht auf oder so. Keine Ahnung, mal schauen. Mein Schlafrhythmus ist aktuell sowieso komplett tot, einfach. Ich habe gar keinen Schlafrhythmus mehr. Man sagt ja immer, das ist total ungesund. Ist es auch? Man sollte es auch nicht machen, wenn man die Möglichkeit hat. Gut, es ist ja nicht so, als hätte ich keine andere Wahl. Ich mache es ja einfach aus freien Zügen einfach. Aber irgendwie bin ich... Es ist in der Pubertät, glaube ich, auch einfach so, dass man einfach mehr zum Nachtmenschen wird. Der Schlafrhythmus ist in der Pubertät sowieso mega komisch, habe ich festgestellt. Mal schlafe ich einfach... Ich erzähle jetzt mal ein bisschen ein paar Off-Topic-Geschichten, kann ich ja machen. Dafür war Splatoon 2 ja sowieso gedacht. Mein Schlafrhythmus ist sowieso mega komisch aktuell. Wenn ich mal lange schlafe, schlafe ich bis 12, von 12 bis 12, also 12 Stunden. Und manchmal schlafe ich von 12 bis 5, weil ich einfach wach werde. Ich stelle mir keinen Wecker oder so, ich werde einfach wach. Aber ich habe keinen Unterschied dabei, ich fühle mich gleich wach quasi. Gib ihm... Hab nichts gerissen. Ins der Bombe, verdammt. Boah, das war nicht gut. Manchmal werde ich ein bisschen übermütig, was das angeht. Ich kann mich nicht mit zwei Gegnern gleichzeitig anlegen. Das geht in den meisten Fällen nie gut, vor allen Dingen, wenn die mich schon gesehen haben. Wenn man so sneaky aus der Ecke kommt, dann geht das auf jeden Fall noch, aber... Nicht so. Ja, ich bin auf dem Weg. Shoppertyp mit Rüstung? Okay. Passt perfekt. Hm. Nee. Der hat auch noch Rüstung gehabt. Oh, trotz Rüstung. Oh, verdammt. Ensep. Oh, verdammt. Gibt's nicht. Komm schon, wir kriegen den. Wie sieht's aus? Oh, das sieht nicht gut aus. Komm schon, jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr Leistung bringen. Wenn wir das noch gewinnen wollen. Das war schon mal nicht gut. Ja, okay, den kriegen wir. Sehr gut. Kill Assist noch geholt. Oh, da ist der Shoppertyp, der kommt. 3R-Shopper. 3R-Shopper. Flashbacks an Lari. Verdammt. Oh, Gott. Was ist hier los? Das werden wir nicht gewinnen. Bei deinem Text. Das schaffen wir nicht. Ich meine, okay, wir sollen uns jetzt nicht entmutigen lassen, aber in 14 Sekunden noch so viel zu reißen, ist echt unrealistisch. Ich wusste, dass da einer stand. Nochmal rein. Im Moment, wir nochmal Ult vollkriegen. Okay, wir haben jetzt noch ein bisschen was gerissen. Rein, 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 rein. Ulti, noch ein bisschen was umfärben. Okay. Wirkt knapp. Oh, doch gar nicht so knapp. Als ob. Aber immer gegen Ende, ne? Ja, Mann. So muss das aussehen. Ist ja mega nice. Läuft. Acht Kills. So muss das sein. War jetzt nicht... War jetzt nicht... War auf jeden Fall eine durchschnittlich gute Leistung, würde ich sagen. Wir kriegen noch einen Perk auf das Bedfest-Shirt. Schwimmgeschwindigkeit. Äh, machen wir noch ein Match? Komm, eins noch. Boah, war die Wartezeit lang. Alter. Hab ich jetzt lange gewartet auf das Match. Mein Gott. Hab ich gerade Frame-Drops? Doch sonst nie welche. Ähm... Also der PC sagt konstante 60 FPS. Also, ja. Gut, ich glaub dem jetzt einfach mal. Sieht aber auch eigentlich so aus. Okay. Bist ja bei Splatoon 2 manchmal so eine Sache. Wobei ich eigentlich nie Probleme damit hab. Bei manchen Leuten, die ich mir manchmal so auf YouTube angucke, die haben extreme Probleme mit ihren FPS. Was Splatoon 2 angeht. Ich eigentlich... Ich bin davon weitestgehend... verschont geblieben. Auch wegen meinem PC. Der eigentlich... echt, echt gut ist. War auch dementsprechend teuer, by the way. Aber eigentlich müsste es von den Systemressourcen alles klappen. Also... Es ist zwar aufwendig, aber so... Das ist mein PC, die Knie zwingt, jetzt nicht. Ich hab auch kaum Auslastung. Das Gute ist halt... Für die Leute, die OBS benutzen... Kannst du nur ans Herz legen. Jedem Einzelnen. Die kommen gerade echt weit zu und so. Es gibt Nvidia NWN, heißt es, glaube ich. Das ist, das... Alles das, was du auch nimmst, auf die Grafikkarte ausgelagert wird. Das heißt, die CPU hat keine Auslastung. Oder keine bis gar... bis kaum. Ähm... Das hat den Vorteil, dass man nebenbei dann noch Anwendungen laufen lassen kann, ohne dass die CPU einfach komplett getötet wird. Alter, was ist denn hier los? Das verlieren wir ja gerade mega. Das Blöde ist halt, wir sind die ganze Zeit bei uns, in unserem Bereich. Wir kommen nicht zu den Gegnern rüber. Wir müssen jetzt langsam ein bisschen was reißen. Ne, 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 ne. Wir müssen jetzt mal ein bisschen durchkommen. Fuck off! Ich hab ihn gesehen. Das gibt's doch gar nicht. Wir sind Skates, die mal beweisen. Das gibt's doch nicht. Als ob wir jetzt hier so viel verlieren. Ich tue mal so, sonst würde ich ihn nicht sehen. Sprengleis kacke, aber kann jetzt auch nichts machen. Geh weg. So. Verdammt! Gib ihm, gib ihm, gib ihm! Verdammt! Das gibt's nicht! Oh, wie blöd! Okay, wir konnten es wieder so ein bisschen neben uns den Chip wieder einmachen. Boah, Hilfe! Ja, tatsächlich, bei uns den Chip wieder einmachen. Das gibt es doch gar nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Spawntrappen. So. Oh, ernsthaft? Kann doch nicht sein. Please. Das wollte ich gerade sagen. Wir waren bei PC-Ressourcen, genau. Ich hab jetzt eine 1060, glaube ich, drin. Von der Grafikkarte her. Also das dürfte damit eigentlich alles kein Problem sein. Vor allem nicht bei den Farben, doch bei dem Rotton. Stimmt, bei den ganzen grellen Farben, wenn da ganz viele von auf einmal auf dem Street sind, haben die Aufnahmen manchmal ein Problem. Aber das liegt auch nicht an der CPU oder so. Das sollte, glaube ich, an OBS liegen. Gut, mal gucken, wie es gelaufen ist. Ich denke, guck mal, das wird jetzt alles gut gehen mit den FPS hier, also. Also der PC sagt mir konstanter 60 FPS, dann glaube ich dem das auch. Sieht auch jetzt wieder so aus, ja. Gut. Läuft. Wiedergewonnen, sehe ich gerade. Wir haben einfach alle Mädels in dem Part hier gewonnen. Läuft. Gut, dann wäre euch der Part gefallen. Resten dann noch oben da. Bis zum nächsten Part. Ich nehme jetzt ein bisschen Singleplayer auf. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.